Hallo Leute konzentrieren wwe supercard team battleground pack up link video und wir holen uns mal hier die championsbildung ab mein team wwe germany hat sich mit 8672 punkten gegen xx parat ox mit 1323 punkten durchgesetzt mk leider kein profil ich bekäß müssen pro für dango ist ok das ist ja schön 8000 Warte, wie viel Benefits hab ich? Ich seh gleich irgendwo hier auf dich hin. 11.8525, ja nice. So viel Minz brauch ich nicht mal mehr. Ich glaub 11 hintereinander oder was war's. Ich guck erstmal wo Adam Cole ist. Adam Cole hab ich leider nicht nochmal. Leider. Schade. Der hab ich ja Titan Pro. Big Cass hab ich hier noch irgendwo. Das Big Cass, ich hab den noch gehabt. Doch hab ich den nicht mehr. What? Warte. Scheiße, ich hab den wahrscheinlich zum Löffel weg gemacht. Na toll, scheiße, ich hab den Pro gehabt. Äh, dann kann ich den wegschmeißen. Genauso wie FanDenco. Ach, ich hab äh, Undertaker Titan Pro. Wird schade noch zu Ende der Film. Hoffentlich ist er, der Adam Cole in dem E-Wing Domination Event. Das wär geil. Das wär richtig geil. Ja, die zwei Homo hat's einfach weg. Scheiß drauf. Das wär jetzt scheißegal. Ja. 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 Ja, dann. Gucken wir mal in das Event. Rein. Würde ich sagen. Und dann. Gibt's. Also ich muss die Vers 25 machen. Die Goniad und die Summers Nummer 18. Und dann hab ich alles erledigt. Okay, gut. Dann. Ciao. Leute